Ich sitze, ja. Dann kann ich jetzt schlagen. Warum wollte ich immer schlagen? Verstehe ich nicht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir spielen heute Kali Kühlschrank. Und auch Feel the Fridge. Feel the Fridge. Ich muss ehrlich sagen, Feel the Fridge gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Klingt music cooler, ne? Kali Kühlschrank hört sich irgendwie so an wie Rainer Kalmund irgendwie. Vor allem ein Kühlschrank ist ja auch super cool. Und deswegen muss ich auch cool an. Was für ein Spiel erwartet uns denn heute hier von Tommy? Also es ist ein Spiel für Kinder ab vier Jahren. Also perfekt für uns. Kann man zu dritt, zu viert, zu zweit. Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Also bis maximal vier Spieler. Jeder. Nein, mich wurde nicht erwischt. Alles gut, Kahn? Ja. Er lebt noch. Kahn lebt noch. Und ich habe hier einmal so eine kleine Flasche. Ist vielleicht so eine Mayonnaise oder Ketchup oder so. Toastbrot sehe ich auch. Dann habe ich ein Stückchen Pizza, einen Toast, auch so eine Banane. Ich glaube, das soll ein Pilz sein. Zitrone. Und eine Zitrone. Das hat jeder, nur eben in unterschiedlichen Farben. Und hier an den Seiten, hier unten drunter, das ist ein Quadrat. Hier ist es blau. Hier hinten an der Hinterseite ist es rot. Rot. Und hier gelb. Das bleibt auch fest stehen. Aber der Kühlschrank, der dreht sich gleich. Und wir müssen immer, wenn der stoppt, wir machen zwischendrin immer eine Pause, wenn hier irgendwo was ist, wo wir drankommen, schnell Sachen reinwerfen. Wenn die Tür zu uns reicht, also die hier vorne, wenn der uns anguckt, dann dürfen wir in dem Moment nichts reinwerfen. Aha, also relativ einfach. Aber zwischendrin macht Kalli die Tür auf und dann fallen wieder Sachen raus. Und die muss man wieder einsammeln und muss von vorne die nochmal wieder reinwerfen. Von seiner eigenen Farbe dann einsammeln. Genau, von der eigenen Farbe wieder einsammeln und Ziel ist es eben, diese sechs verschiedenen Lebensmittel da reinzuwerfen, ohne dass Kalli sie wieder rausspuckt. Okay. Dann starten wir ihn mal. Let's go. Ich mach mich schon mal bereit. Genau, wenn es oben ist, dann drückt man einmal oben drauf und dann geht's los. Kalli guck mich bloß nicht an oder auch Phil, wenn mich Phil jetzt gleich anguckt, ne? Oh oh. Das heißt, er guckt mich an. Er guckt Nina an. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und so weiter sich dreht, darf man es werfen. Da, ich hab wieder was. Ah. So, ich hab noch zwei Dinger. Ja? Ich hab noch vier. Ich fünf. Okay, jetzt aber. Pizzastick. Aber das ist meine Seite, oder? Darfst du dann trotzdem. Tatadadaaa! Oh. Ein Finish! Ein Finish! Ein Finish! Ah, alles wieder raus! Aber das war dann nach der Runde. Runde Nummer Uno geht natürlich an mich. Also, ich hab's ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich schon. Vor allem mit diesen Farben, die hier unten... Na hör mal auf, ja. Mit diesen Farben, die hier unten sind, ne? Ja. Ja. Das ist ja quasi so gerichtet jetzt. Genau. Pan ist gelb, ich bin rot, du bist blau. Ja. Und ich darf ja dann nur auf der roten Seite einwerfen, richtig? Manchmal ist das ja auch so schräg. So war es ja auch zum Teil. Dann hab ich hier einfach rum mit reingeworfen oder du auch. Dann ist es ja blau. Genau. Aber wenn das mich anguckt, dann darf ich nichts reinwerfen. Genau. Okay. Also, naja. Darf ich meine restlichen Sachen bitte noch haben? Ja, natürlich. Der Leser und der Banane. Danke schön. I am the champion momentan. So. Oh. So. Ich nehm schon. Phil Kalli guckt uns grad an. So. Okay. Nächste Runde. Und jetzt geht's. Ja. Nicht ganz so brutal zu Kalli. Die Tür ist offen. Genau. Und. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ja. Wiener macht halt gerne mal was kaputt. Man soll das glaub ich auch so mit der flachen Hand machen. Achso. Ja. Ich hab schon mal mein Lebensmittel bereit. Ich hab voll auf den Hot Buzzer gedrückt. Die Pizza. Jetzt aber. Hallo bisschen ruhiger. Nein. Er dreht sich wieder. Oh. Du warst als letztes. Äh. Jetzt. Ist er eigentlich von beiden her. Das ist ja voll gemein. Ja. Finde ich auch. Oh nein. Diesmal ist bei mir. Pils. Und Pusbrot. Ich hab alle drin. Ich hab alle drin. Ich hab alle drin. Ich hab alle drin. Alles wieder raus. Das gefällt. Kann ich nicht was hier drin ist. Aber mir gefällt es erst recht nicht. Der spruch dir einfach mehr auf. Aber hier geht der Punkteteilung jetzt aus. Also ihr beide kriegt. Ihr beide kriegt bestimmt jetzt keinen Punkt. Warum? Ihr müsst euch schon entscheiden. Und du kriegst ein. Ich hab ja schon meinen einen Punkt. Ich hab ja schon gewonnen. Genau. Und jetzt müsst ihr entscheiden wer diese Runde gewonnen hat. Ich war vorher. Ich war vorher. Da entscheide ich nicht mit. Das müsst ihr für euch ausmachen. Das war schon. Ich war noch. Also Nina sieht das halt selbstverständlich. Dass sie hier erste war. Also erste. Ja. Kathi ergibt sich ohne Diskussion. Das können wir im. Im. In der Slowmo nochmal sehen. In der Slowmo nochmal angucken. Ja. Gut. Wir können es jetzt gerade nicht ansehen. Wir sehen ihr vielleicht schon. Später dann. Gut. Ich hab heutige. So. Okay. Go. Du hast einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Geht schon los. Jetzt hol ich den Punkt. Da. Wenn ich drankomme. Ich hab den Kühlschrank gedreht. Hey. Nein. Hey. Halt ihn fest. Wir können hier auch eine neue Regel machen. Auch wenn er das gedreht. Wer es schafft. Wird etwas reinwerfen. Oh. Aber theoretisch darf die Fahnen gar nicht einwerfen. Weil es auch gelb stehen geblieben ist. Ach so. Ja. Tut mir leid. Ich sehs gerade nicht mehr hier. Das ist alles gedreht. Ich hab jetzt die ganze Zeit mal grün. Hey. Hallo. Ja. Fertig. Fertig. Ja. Da hat der geschummelt sich. Ja. Aber tut mir leid. Da hättet ihr vorher nicht mit spielen dürfen. Vor allem, er hat sich nicht gedreht. Und war mittlerweile irgendwie... Vor allem, Kando hätte gar nicht einwerfen dürfen. Aber da hättet ihr halt nicht so wild spielen dürfen. Wir müssen das normal machen. Na gut. Die letzte Runde ist sie nicht. Wat? Wieso denn nicht? Ja, gut komm. Ich würde es spannend machen. Ich würde es wieder ausspucken. Ich würde es spannend machen. Ich würde es spannend machen. Ich bin ja nicht so wie Nina und Kachi. Mach deinen Kopf auf. So. Ey. Es macht mehr Spaß als gedacht eigentlich. Ja. Ich finde das schon ganz cool. So, jetzt nehmen wir das auch mal richtig. Rot bin ich, Gelbkahn, Blau, Cut. Genau, jetzt muss man mal auf die Farbe achten. Bitte also nicht zu wild, ne, die Dame. Man darf nur auf seiner Seite einwerfen. Ja, aber ganz kurz, bitte nicht so einwerfen. Dann ist klar, dass ich meine Seite nicht mehr sehe. Ganz ruhig bin. Bleibt schön gestehen. Es geht los. Ich werde nicht gern kühlschalten hier bei uns. Wahrscheinlich war alles verschimmelt da drin. Soll ich nur mal alles hier schon hinwerfen? Ja, warte, er steht drin. Alter, muss ihn festhalten, damit er nicht weggeschoben wird. Oh Mann, er guckt mich an. Ich darf nichts reinwerfen. Kante, haust ihn selber um. Zwei habe ich noch. Und dir? Ich auch. Ah, es dreht sich schon wieder falsch. Oh nein, er guckt mich an. Come on. Ah, nein. Schade. Ja, Kathi, du hast null vor. Ich habe das Gefühl immer nach, wenn jemand gewonnen hat, danach öffnet er sich. Als ob er es weiß, als ob er es riecht. Wann riecht dieser Kühlschrank eigentlich? Wahrscheinlich nach Mortadella. Ja, Leute. Fill in the fridge. Kathi, willst du noch eine Runde? Du siehst so aus, als würdest du noch gerne eine Runde spielen. Willst du noch eine Runde? Eine finale Runde, komm. Eine finale Runde. Komm, komm. Will auch nochmal gewinnen. Wahrscheinlich, ja. Jetzt werden sie auf jeden Fall gewinnen. Wir werden sehen. Klappe zu. Affe tot. Oh. Es geht schon los. Geht schon los? Er weiß schon. Er riecht schon den Braten. Oh, toll. Bei mir darf ich jetzt nicht. Das heißt, ich werde diese Runde auf jeden Fall nicht gewinnen. Ah! Zwei habe ich noch. Ich teile. Ich hole das gleich auf. Guck mich nicht an! So. Jetzt ist es hoch. Mal, mich gucken Sie an. Nina hat schon gewonnen. Ich sehe schon. Na gut. Nina ist echt gut darin, einen Kühlschrank zu bestücken mit Lebensmitteln. Nein, auch ihn zu plündern. Da wäre ich auch ganz gut drin. Ja, schön. Fill the Fridge von Toni. Ja. 0, 3, 1. Übrigens haben die auch alle so lustige Gesichter. Ich weiß nicht. Das konnte man wahrscheinlich nicht erkennen. Sind auf jeden Fall alle super niedlich. Und ziemlich cool. Habt ihr ein Lieblingslebensmittel hier? Pizza. Ich finde die Zitrone cool. Ich nehme die Ketchupflasche. Egal. Warum auch nicht. Leute, ich habe gewonnen. Ja, freu dich ruhig. Freu dich ruhig. Du darfst dich ruhig freuen. Feier dich mal, weil das passiert nicht allzu oft, dass du mal eine Challenge gewinnt. Ich gewinne übelst viele Challenges. Wenn du mit übelst viel übelst wenig meinst, dann ja. Leute, Fill the Fridge oder auch Kühlschrank. Rainer Kallmund. Rainer Kallmunds Kühlschrank ist wahrscheinlich ein bisschen größer als der hier. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.